Das ist nix für Kinder, also wenn ihr Kinder seid, äh, noch keine 18, oder auch geistig noch keine 18, also ich, da steht zwar so nicht unter 18, ich sag, wenn ihr so, also unter 15 seid, guckt euch das lieber nicht an. Solltet ihr unter irgendwelchen epileptischen Anfeilen leiden, oder solltet ihr sehr viel Angst vor Schockeffekten haben, etc., dann guckt euch das Let's Play auch nicht an. Nein, will ich euch dringend davon abraten. Wenn ihr es doch machen solltet, äh, stellt euch darauf ein, dass ihr wahrscheinlich ein bisschen länger verstört sein werdet. Genau. Skopiak Games und wir übernehmen keine Haftung für eventuelle Folgeschäden oder psychosomatische Schäden. Gut. So. Do you wish to continue? Y oder N? So, wenn ich jetzt, glaube ich, auf Y drücke, passiert, doch, oh, 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 nicht Z diesmal. So. Skopiak Games. Wie schon angekündigt, kleinen Gammel-Let's-Play von vorher. Prototype number two. Also auch für mich relativ blind. So. Also. Nun sind wir hier und wir hoppeln. Was müssen wir eigentlich auf ganz bisschen warten? Sicher? Sicher. Ja, aber wir viel, viel ja kein Echo haben. So. Oh, Herr, ein Wasser. Einfach ein Wasser. Dann, ja, die Maus ist eigentlich immer noch rechtempfindlich. Zum Glück habe ich hier mein Profi-Werkzeug. Und jetzt hat man ein Bildung gehören. Und. Ja, egal. So. Ab dafür. Dann folge dem Licht. Gut, machen wir das. Das mal einfach so. Wo ist das Licht? Wer was weiter? Stehst du mal vor? Felsen. Ja. Link ist in der Beschreibung. Genau wie der Link zum Kanal von Herrn Rufschinken, der auch schon mal in der Play von diesem sehr interessanten Spiel gemacht hat. Allerdings, äh, in der ersten Variante. Und mit jeder Menge Schwachsinn. Wie immer? Also, naja, ich hab mich bepisst von Lachen. Also, ihr werdet definitiv, wenn ihr drauf steht, dass jemand blödsinn quatscht, guckt euch den Kanal von Herrn Rufschinken an. Und, äh, naja. Man kann es auch sehen. Äh, ich kann es vergessen. Ja, hi. Hi. So. Jetzt. Guck mal. Hände und Rückraus. Haha, ziemlich rückstaatlos, der Typ. Aber erstaunlich, dass man mittlerweile, äh, die eigene Rufschinken ist, aber nicht zu. Und bevor es dann gewissen. Wurde gehaut. Gehaut. Gekrass. Ja. Mit Fingern. Ja. Ganz wie gewünscht. So. Connect. Und übrigens, in den roten Länger immer weiter zu fliegen. Ja. Ja. Ja, die solltest du jetzt anzeigen. Ich habe aber keine Lebensanzeige. Ja, hast du auch nicht. Aber du siehst es. Früher oder später. Wenn du... Und ich gehe mal zurück. Soll ich... Was soll ich denn? Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Oh, oh. Uäh. Weg, 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 weg. Nö. Jetzt verhuck ich nichts. Ja, ja. Ja, leck mich doch an. Hinerteilen. Ja, komm, nee. So, wo muss ich eigentlich hin? So. Ihr Arschgeigen. Da muss ich hin. Mal Analytik. Oh, der kommt. Ah. Alter. Ja, komm. Der leck mich doch. Ja, nicht so schön. So. Was ist das? Bruder, lebt schnell. Oh, gleich. Ja. Schnell lebt. Ich bin ja schon auf dem Weg. Also. Ich rekommendiere dieses Spiel. Spiel, das ist großartig. Mit Kopfhörern kommt es wesentlich härter. Also, wenn ihr meine Story gesehen habt. Wenn nicht, guckt es euch an. Wenn ihr meine Story gesehen habt. Ich spiele das Ganze mit einem wunderschönen Razor Megal. Du sollst keine Werbung machen. Ist auch egal. Auf jeden Fall. Ich bin sehr aus dem Stuhl gefahren. Klar ist, wenn ihr Studiokopfhörer habt, ist es noch besser. Natürlich. So. Ist aber Wurst. Spielt dieses Spiel. Ihr werdet ein blaues Wunder erleben. Ich werde nicht noch mal Wunder spielen. Aber ich möchte was sagen. Es ist nicht Wurst. Es ist Wurst. Gut. In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Und das war es schon wieder von mir und dem Täter. Ja, es ist super. Ich werde jetzt wahrscheinlich erst mal Tetris. Nee, nee. Nicht noch mal. Muss ich schon wieder so viel pressen. Oder so ein bisschen Tetris. Ja, nicht Tetris. Genau. Nicht Tetris. Falls ihr das nicht Tetris Video nicht gesehen habt, werde ich jetzt irgendwo links oder rechts oder so eine... Mit drin einfach mit Wusel. Irgendwo. Da will ich eine Einblendung machen mit so... Ja. Wusel. Mit einem kleinen... Ja. Ja. Mit einem Link. Oder mit dem Recht. Du willst echt einen aufs Maul, oder? Schön. Ich glaube, die Leute werden schon seekrank hier. So, dann ein Dankeschön fürs Zuschauen und bitte vergewaltigt den Abonnieren-Knopf. Und weil es... Walz. Walz ihr schon Abonnent seid. Walz zichtet nicht drauf, andere Leute dieses Video weiter zu walzen. Soll es walzen für euch. Ich walze dich gleich. Nee, lieber nicht. Jo. War aber schlimm. So, gut. Scheiße. Scheiße. In dem Sinne, äh... Tschüss. Oh, die Scheiße. Ich hab keine Einschuldigung. Oh, nein.